Oh, und innen sieht es genauso krass aus. Oh, du bist in casa. Rose, Rachel ist in casa. Und sie hat einen neuen Freund bekommen. Unsere surprise star zurück. Du bist gerade in Zeit. Dinner ist fast. Chloe, war es? Ja. Du warst. Ich habe das Gefühl, dass du eine Impression hast. Rachel, Schöne, du warst heute Abend. Danke. Chloe, du musst uns heute Abend mit dem Abend. Äh, sie muss? Ich muss? Natürlich. Ich habe ein Chicken a la King. Ich bin sicher, dass ihr beide ziemlich den Appetit habt. Äh, auf dem Weg nach draußen? Nicht hungrig? Ja, nein, danke. Ich bin eher eine Burger a la King-Karte. Sie ist lustig, diese. Ich bin sicher. Chloé, ich weiß, dass wir uns nicht genau zu treffen uns am besten heute Morgen haben, aber mit dir und Rachel zu werden so schnell Freunde, ich versuchte, dass du uns mit uns für Essen zu verabschiedenst. Das stimmt, Rachel? Ja, natürlich. Chloé, würdest du uns mit uns für Essen zu verabschiedenst? Bitte? Äh, natürlich. Great. Ich muss nur, um zu verabschiedenst. Dann bin ich gleich weg. Nicht lange. In der Zwischenzeit, vielleicht kannst du mir mit dem Tisch helfen, Chloe? Natürlich. Das kriegen wir hin. Decken wir mal den Tisch. Okay, ich gehe packen. Nach Nachmittag können wir unsere Freude machen. Oh, die hat eigentlich ganz nette Eltern. Total. Deine Eltern lieben mich. Sie sind gut, aber nicht. Und, Chloe? Wir müssen einfach mal durch die Nachmittag. Ich versuche nicht zu sagen, was ich... ... das, was ich normalerweise sagen würde. Genau. Ja, genau. Einfach mal mit den Ambers. Steff? So. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier im Haus. Die Aufführung. Was denkst du? Ich dachte, Rachel war perfekt. Sie war sicherlich. Wir sind sehr stolz von ihr. Ich hatte keine Ahnung, dass sie das machen würden. Was machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht die Namen für es. Reverse Casting? Casting eine Frau als Mann? Ach. Ach. Ich habe nur... ... das Wieser-Teil. Ah. Ich glaube, das ist auch wahr. Ich habe auch noch keinen Humor. Ich habe auch noch keinen Humor. Tja, Staatsanwälte haben manchmal keinen Humor. Er hat keinen Humor. Was hat sie denn so gegoogelt? Die Browser-Historie, folgt von einem Gap für alle von gestern. Das ist wie eine schreitende Asshat-101. Oh, wie man inkognito surfen kann. Kleine Läden, Knotface. Knotface kannst du nicht übersetzen. Ja, wir hatten alles gesehen. Da hinten liegt noch eine Akte. Ja, Damon Merrick. Ich bin glücklich, dass ich ihm das Geld gab. Frank Bowers. Sarah... Sarah... Gearheart heißt also die Frau. Okay. Sheldon Pike. Das war der Türsteher. Mord. Oh, krass. Wir haben jetzt gerade noch eine neue... Was anderes? Ne, können wir nicht verwenden. Ich dachte wir könnten das mit der Browser-Historie verwenden. Aber geht nicht. Okay. Gucken wir uns mal weiter um hier im Haus. Okay. Ich glaube, einige Familien tatsächlich gehen nach Paris instead of just talking about it their whole lives. Easy to see who wears the literary pants around here. Cooler Sessel. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. Was gibt's hier noch? Ein Zeitungsartikel? Was ist denn da? Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Ich ahne da was. Ja, natürlich. Can't tag this whole Rachel's mom is right there. She'd totally bust me. Hi Rose. Your husband's cheating on you. Hey there, Mrs. Amber. Chloe. I'm so glad you're joining us tonight. I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. She sure was. And I imagine whatever trick the two of you pulled to get her back on stage was even more dramatic than the play. We can be very persuasive together. Persuasive. Yes. That's a word for it. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. So, was haben wir denn da noch? Mrs. Amber. Integrity. Honesty. Loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Those are some strong words. You think he lives up to them? He's fantastic at what he does. Of course, he's only human. Or subhuman. What? What? I thought you said something. Eh, nope. What did you think of the play? Rachel was typically amazing. But I never liked the Tempest. What did you think of it? To be honest, I only read a couple pages. Theater is not really my thing. I guess I'm not so into saying words, someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired, Shakespeare. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take four plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. You're a riot, Chloe. Alright, Chloe. You set the table without ruining someone's marriage before. Be safe, Kate. Oh, I think that's an original, who gives a shit. Damn. I wonder if this is a family heirloom. Everything about this house is nicer, cleaner, better. And how many cabinets do you need? Glasses. Damn. The embers are fancy as shit. Because they have glass, are they peak fine? Okay. Never realized that getting drunk could be so complicated. They drink from glass. Where do I find now? Teller. Here, apparently. Here. Here. So clean. I bet Rose would kill it with my mom at the diner. If I open this, will Skeletons come spilling out. Da sind die Teller. No Skeletons. Lots of shiny dishes, though. Also im Grunde haben wir beiden geholfen. Wir haben Drew geholfen. Die haben zwar das Geld nicht mehr. Aber gut. Und Frank ist auch zufrieden. Also passt alles. Wo hat sie die denn jetzt? In die Hosentasche gepackt? Auch nicht schlecht. Ist gerade schlecht. Mit nach Hause kommen. Ich habe gerade hier noch zu tun. Was? Was? Sie sagt zu ihrem Mann, Mr. Amber. Okay. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Something else? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know, what kind of drink you're having. Ah. Let's say Sherry. Okay. One. Two. Three. Sherry. Comical. Der Mann hat keinen Humor. Chloe. Maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I. We're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Besides all my bad behavior rubbing off on her? You mean? Hmm. Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. Typisch Staatsanwalt. I'd be lying. If I said I didn't have concerns about your friendship. But. Perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Uh. Thanks. Ah, yeah. Then we'll go to Rose and say they want a cherry. Yes, Chloe? The boss man would like a cherry. Thank you. The glasses are in the China cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy looking cabinet, right? You got it. The family is so clean. They don't understand humor. Uh. It's the triangle shape one. Basic shapes. Now you're speaking my language. The chef sits meistens am top. Mission accomplished. So. What do we have to do now? Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the- It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle. Right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think... Time to light some candles and... This joint up a bit. Then zünden wir mal die Kerzen an. Los geht's. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? No one tongue goes. No one talks about eating. No one talks about eating. Oh my god! Ah, Chloe? Ah, jetzt. Das ist richtig. Das ist richtig. Nein, wir greifen jetzt nicht an. Ja, das ist super wahr. Und auch, remember, Rachel, dass selbst wenn es so, wie die Lame ist, dass du immer wieder weg von was, was du schütztest, als ob du einfach nur auf dich schütztest. Eine interessante Philosophie, Chloe. Ja, das stimmt. Nicht einer, die ich beantworten würde. Aber ich empfehle mich, die meine Probleme aufzunehmen. Aber für alle ihre eigene, ich glaube. Oh, verdammt blöde. Rachel? Ah, Scheiße. Ich bin so knackig. Rachel, kannst du mir helfen, einen anderen Ort zu finden, Chloe? Ah. Ich kann nicht hier sitzen und hör auf diese blöde. Rachel! Stop es, Vater. Du bist ein Hypokritier. Okay? Ich weiß. Du schweig, schweig, schweig... Motherfucker. Entschuldigung? Wir sahen dich. Yesterday. At the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey. Whatever you saw or think you saw, I know it's hard. But I need you to trust me. Think we saw? Are you trying to gaslight us? There's no thinking involved. We saw you locking lips with some other woman. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you. Jetzt zeigt sich das wahre Gesicht von ihm. War mir klar. No? What kind of person is that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak with her like that. What the fuck? Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel. That woman you saw. That wasn't my mistress. That was your mother. Oh, ha. Oh, ha. Krass. Was ne krasse Episode. Shadow set out on the place that you left. Our minds are troubled by the empty night. Destroy the middle. It's a waste of time. From the perfect start. To the finish line. And if you're still breathing. You're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. It's the Diner Soundtrack. I lost it all on your star silhouette. I'm alive. The past half. Your soft voice. You're soft. I can't hold it all. I am a hands are down. New Year's�. New Year's. New Year's. New Year's. New Year's. New Year's. New Year's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was eine krasse Episode und der Soundtrack ist hammergeil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal gucken. Ah, naja, da haben wir mal zu den 22% gehört. Wir haben Rachels Geschichte geglaubt. Wir haben die Taschen ausgeleert, ja. Ja, gut, wir haben aber beiden geholfen. Die konnten zwar ihrem Vater nicht helfen, aber er wurde nicht weiter verprügelt. Das ist doch auch gut. Aber das haben auch die meisten gemacht. Coole Sache. Mit Elliot zum Stück zu gehen. Gut. Ja, haben auch viele gemacht, okay. Okay. Okay, das habe ich gar nicht gefunden, die Entscheidung. Naja. Du hast deine Schuld mit Frank nicht beglichen. Ja. Haben 98% gemacht. Auch 85%. Okay, du hast du das Geld nicht zurückgegeben. 68%. Okay, ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hm. Aber das haben wahrscheinlich auch viele gar nicht mitgekriegt. Okay. Hm. Cool. Was ist denn jetzt los?